In Linz hat die Justizministerin um Stimmen geworben. Alma Savic gibt sich in einem Einkaufszentrum in Urfa-Volksnah und scheut die Auseinandersetzung nicht. Bioeis gibt die Wiener Spitzenkandidatin der Grünen aus, sie wird aber auch beschenkt. Und die Wuchten, die kennen Sie aber kurz, was ich vorgebe, für Ihre Leistungen beim Klima-Ticket. Die 40-Jährige wird demnächst zum zweiten Mal Mutter, oft auf ihren Babybauch angesprochen und wie es ihr geht. In Linz das? Ja, ja, ja jetzt, Simskgie! Ja, ja jetzt, okay! Ja schön! Hier gibt es irgendwie models. Und das ist ein Eis. Hotschanskost oder nicht? Hocko-Kost! Alles Gute! Danke schön! Hallo die Mädels! Schaut mal, Santor haben wir mit! Da steht der Kost. Annener, die Kost. Die Kost. Wie kommen Sie mit der Kost. Wie kommen Sie mit den Kost. Die Kost. Die Kost. Das war's für heute. Das war's für heute.